Juanita, Juanita, die letzte Woche alleine hier geflieben ohne Bruder. Sein Bruder ist schon adoptiert, ja, und sie war sehr traulig. Sie war sehr traulig, aber nicht mehr. Juanita ist schon nicht mehr traulig, ja. Du bist so schön, du bist sehr schön. Sie ist eine, vielleicht Pitbull und Dackelhundmix wie Pablo, aber Pablo war ein bisschen größer wie Juanita. Juanita hat sehr, sehr, sehr kleine Dackelbeine, ja, und sehr dünn und sehr schön. Du hast sehr schöne Kopf, sehr schöne Augen. Du musst das wissen, du bist die Schönste, du bist die Schönste, mit Pitbull und Dackelhundmix. Und du bist sehr klein, kleine und lieb, oder? Sehr lieb. Du brauchst auch keine Familie, du brauchst auch keine Familie und kommt, ja, okay? Ich schwöre, ich schwöre. Wenn jemand sieht diese, wie der Hunger sagt, man, Juanita, du bist so schön, du bist so lieb, komm hier zu mir. Und dann, 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 dann kommt deine Zeit. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF, 2020